Koji Suzuki – Der Graben Aus dem Amerikanischen von Katrin Marburger Prolog 25. September 2011, Soda Lake Road, Kalifornien, USA Gut eine Stunde war vergangen, seit Hans Zimsen von der Route 166 auf die Soda Lake Road abgebogen war und allmählich fühlte er sich ein wenig unbehaglich. Im Rückspiegel erstreckte sich eine endlose Sandfläche, während vor ihm und zu seiner Rechten weiß die Salzablagerungen eines ausgetrockneten Sees leuchteten. Es war eine für den Westen der Vereinigten Staaten typische Wüstenlandschaft, doch auf den deutschen Hans wirkte sie seltsam und fremdartig. Die Sonne, die über dem westlichen Horizont zu sinken begann, warf einen rötlich-braunen Schimmer auf die trostlose Einöde. Ist das hier wirklich die Erde? Hans Unbehagen rührte daher, dass er das Gefühl hatte, nicht auf seinem heimischen Planeten unterwegs zu sein, sondern auf einem anderen. Die einzigen Fotografien, die er je von der Oberfläche anderer Gestirne gesehen hatte, stammten natürlich vom Mond und vom Mars. Auf beiden war es noch trockener als in dieser Wüste und wesentlich karger, ohne das geringste Lebenszeichen. Hier erhaschte man ab und zu einen Blick auf Koyoten, die unter Bäumen auf der Lauer lagen, und es gab Spuren von Insekten, die sich durch das Erdreich gruben. Je weiter Hans fuhr, desto seltener wurden diese Anzeichen von Leben jedoch, was seine Unruhe verstärkte. Neben Hans saß regungslos seine Frau Claudia, die Lippen fest zusammengepresst. Als rechter Hand der ausgetrocknete See auftauchte, setzte sie sich auf und wandte das Gesicht zum Fenster. Ist das der Soda Lake? Hans schüttelte den Kopf. Nein, der ist noch weiter weg. Mit einem theatralischen Seufzer verstummte Claudia wieder. Oh je, da hat aber jemand schlechte Laune. Sie waren am Nachmittag auf dem Flughafen von Los Angeles gelandet, und ohne eine Verschnaufpause hatte Hans seine Frau in den Mietwagen verfrachtet und war in die Wüste gefahren. Vielleicht hätten sie sich für diese Nacht besser ein Hotelzimmer in L.A. genommen. Doch da sie nur zehn Tage Zeit hatten, wollte Hans so schnell wie möglich hinaus in die Wüste, ohne auch nur eine Nacht in der Stadt zu vergeuden. Seine Frau dagegen sah das vermutlich anders. Hans stieß einen leisen Pfiff aus und deutete auf den See, um Claudias Aufmerksamkeit auf die Landschaft zu lenken. Sieht aber trotzdem irre aus, dieser See, oder? Die verschiedenen kleinen und großen Seen in dieser Gegend trockneten alle vollständig aus, wenn sie im Frühjahr und Sommer die nackten Bäuche in die Sonne reckten. Durch das Steinsalz im Wasser leuchtete der trockene Grund weiß. Hans schaute sich seinen ersten ausgetrockneten See genau an. Der wesentlich größere Soda Lake lag weiter oben an der Straße. Der Boden rings um den See war von einem schmutzig-gelblichen Braun und von Gras in mehr oder weniger der gleichen Farbe bedeckt. Die Gipfel und Umrisse der Berge waren leicht abgerundet. Die Linien der Gesteinsschichten, von denen jede Zehntausende von Jahren markierte, bedeckten ihre Wände wie die Jahresringe von Bäumen. Hans fiel auf, dass die Berge zwar unterschiedlich geformt waren, aber alle die gleiche Höhe hatten. Diese Gipfel hatten einmal auf normaler Bodenhöhe gelegen, bis die Landschaft um sie herum erodiert war und nur die Gebirge zurückgeblieben waren. Er wünschte, er hätte mehr über die geologische Entwicklung der Gegend gewusst. Während er das weiße Becken in dieser trostlosen Umgebung betrachtete, kam ihm unwillkürlich der Gedanke, dass es von irgendeinem großen Schöpfer durchaus nach einem Plan erschaffen worden war. Aus dieser Entfernung sahen die Salzablagerungen wie Schnee aus und wirkten durch den Kontrast zur Wüstenlandschaft sehr mysteriös. Das Lenkrad des Mietwagens in Händen fühlte Hans sich für einen Augenblick beinahe wie ein Gott, der die Erde als Werk eines göttlichen Künstlers betrachtet. Hans, wir sind noch keinem einzigen Auto begegnet! Die Bemerkung seiner Frau riss Hans in die Wirklichkeit zurück. Claudia war alles andere als verzaubert von der nordamerikanischen Wüstenlandschaft, die im Vergleich zu ihrer Heimatstadt Frankfurt sehr exotisch wirkte. Stattdessen starrte sie missmutig auf die schmale Straße, die sich vor ihnen erstreckte und dachte nur daran, dass niemand sonst dort unterwegs war. Es kommen schon noch welche, beruhigte Hans sie, obwohl er sich nicht so sicher war. Es stimmte, dass ihnen noch kein einziger Wagen entgegengekommen war und auch im Rückspiegel war kein Scheinwerferlicht zu sehen. Es war nach sechs Uhr abends und die Sonne stand gerade noch über dem Horizont. In einer halben Stunde würde dieser sie aufgesaugt haben und es würde dunkel werden. Für eine Frau war es wahrscheinlich ein furchtbarer Gedanke, dass sie eine Bleibe für die Nacht suchen mussten. Dabei hatte Claudia selbst vorgeschlagen, dass sie sich auf ihrer Fahrt durch Nordamerika treiben ließen und unterwegs in Motels eincheckten, ohne im Vorauszimmer zu reservieren. Offenbar hatte sie früher bereits eine ähnliche Reise gemacht und nie Probleme gehabt, eine Unterkunft für die Nacht zu finden. So war sie zu dem Schluss gekommen, dass Motelzimmer jederzeit leicht zu finden waren. Doch wie es der Teufel wollte, hatte an jedem Motel, an dem sie heute vorbeigekommen waren, ein Neonschild belegt angezeigt. Auch das Motel in Maricopa, wo sie vor kurzem durchgefahren waren, hatte keine Zimmer frei gehabt, sodass ihnen zwei Möglichkeiten blieben. Die eine war, auf dem Highway 33 nach Norden in Richtung Taft zu fahren, um dort ein Zimmer zu suchen. Die andere war, weiter in Richtung Soda Lake zu steuern, um da etwas zu finden. Claudia hatte eingewendet, dass Taft eine größere Stadt sei und außerdem näher liege, sodass die Chancen dort besser seien. Hans war für den Soda Lake gewesen, den er auf dieser Reise unbedingt sehen wollte. Wenn er Claudias Drängen nach Taft zu fahren nachgab, würden sie von dort aus wahrscheinlich in die Gegend von San Francisco weiterreisen und den Soda Lake auslassen. Deshalb war er entschlossen zu versuchen, den See trotz ihrer Erschöpfung noch an diesem Abend zu erreichen. Woher willst du wissen, ob es dort überhaupt ein anständiges Motel gibt? hatte Claudia gefragt. Wenn es sich ergibt, halte ich ein entgegenkommendes Auto an und frage, hatte Hans versprochen. Das war vor etwa 20 Minuten gewesen. Es war schwierig, sich allein anhand der Landkarte ein Bild von der Größe des Ortes zu machen. Was, wenn sie es bis zum Soda Lake schafften und es dort keine Unterkunft gab? Hans überzeugte Claudia davon, dass sie mit ihrer entspannten Art, sich Informationen zu beschaffen, schon weiterkommen würden. Nun aber waren sie seit einer halben Stunde auf der Soda Lake Road unterwegs, ohne in einer der beiden Richtungen auch nur ein einziges Fahrzeug gesehen zu haben. Schlimmer noch, die Straße war teils unbefestigt. Sie konnten nicht schneller fahren, umzukehren hätte jedoch ebenso wenig Sinn gehabt. An diesem Punkt blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich auf ihr Glück zu verlassen und am Soda Lake ein Zimmer zu suchen. Vielleicht würde alles gut gehen. Andererseits war klar, dass Claudias Stimmung nicht besser werden würde, wenn sie nach Einbruch der Dunkelheit immer noch ziellos umher fuhren. Bei der Vorstellung, die Nacht im Freien zu verbringen, wurde Hans mulmig zumute. Er wollte, dass seine Frau eine warme Dusche, ein Bier und ein gutes Essen bekam. Auf einer Italienreise im Jahr nach ihrer Hochzeit hatten sie durch Hans Schuld einmal kein Abendessen erhalten. Das hatte Claudia so die Stimmung vermiest, dass die gesamte Reise verdorben gewesen war. Da er eine Frau geheiratet hatte, die viel attraktiver war als er, musste er auf Claudias Stimmungsschwankungen Rücksicht nehmen. Obwohl er überdurchschnittlich gut verdiente und ihr jeden Wunsch erfüllte, hatte seine Frau einen Hang dazu, ihm den winzigsten Fehler übel zu nehmen und ihn mit eisigem Schweigen zu bestrafen. In den vier Jahren ihrer Ehe hatte Hans die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass er, um einen kleinen Fehler wieder gut zu machen, meist zehnmal so große Anstrengungen unternehmen musste. Daher seine Entschlossenheit dafür zu sorgen, dass seine Frau eine warme Dusche, ein kaltes Bier und ein bequemes Bett bekam. Waren diese drei Voraussetzungen erfüllt, würde sich Claudias Ärger vermutlich legen. Draußen zu übernachten kam überhaupt nicht in Frage. Zum einen war es zu gefährlich. In dem Reiseführer, den er noch in Deutschland gelesen hatte, stand das ganz oben auf der Liste der Dinge, die Reisende tunlichst vermeiden sollten. Bei Reisen mit dem Auto sollten sie weit im Voraus Motelzimmer reservieren, hatte das Buch außerdem empfohlen. Doch Hans und Claudia hatten sich nicht danach gerichtet. Während die Minuten verstrichen, senkte sich langsam die Dämmerung über das Land. Mit zunehmender Dunkelheit wuchs auch Hans' Gefühl, dass die Zeit drängte. Es war schon nach halb sieben und die Sonne beinahe vollständig hinter dem westlichen Horizont verschwunden. Wenn sie erst einmal die Route 58 erreicht hatten, würden sie dort sicher ein Motel finden. Doch zuvor mussten sie am Soda Lake vorbei und bis jetzt war von dieser berühmten Sehenswürdigkeit noch nichts zu erkennen. Hans hatte sich darauf gefreut, den See zu sehen, doch inzwischen war klar, dass er ihn nur im Dunkeln würde anschauen können. Als er endlich einen Einschnitt zwischen den Bergen erspähte, der in der untergehenden Sonne rot schimmerte, wusste er, dass es der Soda Lake sein musste. Genau in diesem Moment bemerkte er einen Wagen, der ein Stück voraus auf der Gegenspur stand. Die schwache Innenbeleuchtung des roten, viertürigen Pontiac war eingeschaltet, die Scheinwerfer nicht. Da sie kurz vor dem Soda Lake waren, hatte es wenig Sinn, den Fahrer um Auskunft zu bitten. In der Zeit, die sie brauchten, um anzuhalten und ihn zu fragen, konnten sie ebenso gut weiterfahren und selbst nach einem Motel Ausschau halten. Doch bevor Hans wusste, was er tat, hielt er an. Es war eine Erleichterung, endlich ein anderes Fahrzeug zu sehen, aber irgendwas an der Situation machte ihn stutzig. Da stimmt was nicht. Das Bedürfnis, rätselhaften Dingen auf den Grund zu gehen, war offenbar bei Männern stärker ausgeprägt als bei Frauen. Als der Wagen zum Stehen kam, schrie Claudia leise auf. Was machst du denn, Hans? Sie sind mitten auf der Straße stehen geblieben, erklärte er, während er die Handbremse zog. Das sehe ich. Ich will nur kurz mit Ihnen sprechen. Allem Anschein nach hatte der rote Pontiac aus einem bestimmten Grund angehalten. Und worüber? Ob es da oben ein gutes Motel gibt und ob es noch Zimmer frei hat. In der Zeit, die du brauchst, um zu fragen, könnten wir längst dort sein, protestierte Claudia, doch Hans konnte seine Neugier nicht bezähmen. Ich gehe nur mal kurz schauen, du kannst hier warten. Er stieg aus und ließ Claudia auf dem Beifahrersitz zurück. Automatisch schaute er sich nach rechts und links um, doch natürlich war weit und breit kein Wagen in Sicht. Er überquerte die Straße und ging in Richtung Norden auf den Pontiac zu, der etwa zehn Meter weiter stand. Wegen der eingeschalteten Innenbeleuchtung konnte Hans schon von Weitem in den Wagen hineinschauen. Es schien sich niemand darin zu befinden, weder vorn noch auf den Rücksitzen. Jetzt wurde Hans klar, was ihm merkwürdig vorgekommen war. In dem Auto saß niemand. Wahrscheinlich ist der Fahrer ausgestiegen, weil er mal pinkeln musste und ist direkt hinter dem Auto, vermutete Hans. Doch auch als er um den Wagen herumging, war von dem Fahrer keine Spur zu sehen. Der Pontiac parkte auf dem Randstreifen der leicht abschüssigen Straße, genau dort, wo der Straßenbelag endete. Alle vier Reifen standen auf dem Sand. Eine der Türen auf der Fahrerseite war halb offen. Das erklärte, warum die Innenbeleuchtung brannte. Die rote Linie am Horizont, der die Begrenzung der Welt bedeutete, wurde durch nichts unterbrochen, nicht einmal durch Kakteen. Die einzige Pflanze in dieser dürren Landschaft war Gras. Hans ging ein paar Schritte weiter und rief in Richtung Horizont, »Hallo?« Doch es kam keine Antwort außer einem Laut, der wie das weit entfernte Bellen eines Kojoten klang. Als das Bellen verstummte und die Stille sich wieder über die Wüste senkte, hörte er plötzlich Gitarrenmusik hinter sich. Gitarrenmusik und den Gesang einer Frauenstimme. Die Klänge eines alten Country-Songs drangen durch die geöffnete Wagentür heraus. Das Radio lief. Mit rauer Stimme beklagte die Sängerin, dass sie ihren Freund betrogen habe, der im Krieg sei und einen anderen heiraten werde. Hans wandte sich der Frauenstimme zu. Er hatte den Eindruck, als wäre das Radio gerade erst angeschaltet worden und als hätte die Musik gerade erst begonnen. Doch das war unmöglich. In dem Wagen ist niemand. Wahrscheinlich war ich so damit beschäftigt, nach dem Fahrrad zu suchen, dass ich die Musik nicht bemerkt habe. Das Autoradio musste die ganze Zeit angewesen sein. Als Hans durch die geöffnete Tür spähte, fiel ihm auf, dass der Schlüssel im Zündschloss steckte und der Wagen leicht vibrierte. Es saß niemand darin und doch schien der Fahrer das Radio und den Motor angelassen zu haben. Um sich ein genaueres Bild von der Situation zu machen, schaute Hans sich weiter um. Auf dem Beifahrersitz lagen die Strickjacke und Handtasche einer Frau und in den Getränkehaltern in der Konsole zwischen den beiden Vordersitzen standen zwei offene Cola-Dosen. Im Wagen roch es nicht nach Zigarettenrauch, sondern eher nach Milch. Der Geruch schien von dem Kindersitz im Fond auszugehen. Dort hatte jemand ein flauschiges Handtuch und einen Becher liegen gelassen. Der gesamte Rücksitz roch nach Milch, als hätte dort vor kurzem ein kleines Kind gesessen. Der Becher war halb voll mit Milch. Nach Lage der Dinge war Hans sich ziemlich sicher, dass sich drei oder vier Personen in dem Wagen befunden hatten. Außer für den Fahrer, die Frau auf dem Beifahrersitz und das Kleinkind hinten war nur noch Platz für eine weitere Person. Doch wohin waren sie gegangen? Sie schienen sich in Luft aufgelöst zu haben, auch wenn sie ganz offensichtlich kurz zuvor noch da gewesen waren. Hans trat zurück und ließ den Blick erneut über den Horizont schweifen, an dem gerade das letzte Stückchen der Sonne verschwand. Keine Spur von den verschwundenen Personen. Der rote Schimmer des Horizonts schien intensiver zu sein als noch einen Augenblick zuvor, als ob die Zeit rückwärts liefe. Bevor sie zu dieser Reise aufgebrochen waren, hatte Hans von einigen modernen Legenden gelesen, die derzeit in den Vereinigten Staaten für Aufregung sorgten. An eine davon musste er plötzlich denken. Es waren kurze Anekdoten, die unter jüngeren Leuten kursierten und für wahrgehalten wurden. Man hörte die verschiedensten Varianten, doch alle entsprachen mehr oder weniger den gleichen Grundmuster. Hans erinnerte sich an folgende Erzählung. Dies ist eine wahre Geschichte, die ich von einem Schulfreund gehört habe. Der Vater meines Freundes war auf dem Highway 168 zwischen Big Pine und Oasis unterwegs. Es wurde schon dunkel. Zwischen den Orten gab es keine Häuser, nicht einmal Autos. Der Vater meines Freundes fuhr so dahin, ziemlich gelangweilt, als er plötzlich auf der anderen Straßenseite drei Leute gehen sah. Und das in der Wüste, mitten in der Pampa. Ein Typ und eine Frau mit einem Kleinkind auf dem Arm marschierten die Straße entlang. Der Mann und die Frau sahen irgendwie benommen und verwirrt aus und aus irgendeinem Grund hatte der Mann eine zerdrückte Cola-Dose in der Hand. Der Vater meines Freundes bremste. Er dachte, die wollen bestimmt mitgenommen werden. Was sollen sie sonst da draußen machen? Und wie sind sie überhaupt hergekommen? Aber keiner der drei warf auch nur einen Blick auf den Wagen. Sie gingen weiter und machten keinerlei Anstalten, ihn anzuhalten. Der Vater meines Freundes fand das total seltsam, fuhr aber weiter. Weil er nach ein paar Kilometern immer noch an diese Leute denken musste, kehrte er um und fuhr zurück. Er dachte, dass er wenigstens mit ihnen reden sollte und dass es seine Pflicht war, sie zu fragen, was sie da machten und ob sie Hilfe brauchten. Er hatte es nicht eilig, also wäre es nicht schlimm, wenn er ein paar Minuten länger benötigte. Doch die drei waren verschwunden, was ihm vollkommen unerklärlich war. Wenige Minuten zuvor waren sie noch am Straßenrand entlang marschiert. Die Landschaft war vollkommen flach und leer, nur der Highway durchschnitt sie. Wohin konnten sie also gegangen sein? Der Vater meines Freundes fuhr noch drei Kilometer, bevor er erneut kehrtmachte und besonders genau Ausschau hielt. Aber die drei Menschen waren nirgends zu sehen. Sie hatten sich in Luft aufgelöst. Ungefähr acht Kilometer von der Stelle entfernt, wo er die Leute gesehen hatte, stieß der Vater meines Freundes auf ein zerstörtes Auto. Das auf dem Dach lag. Auf der Straße waren schwarze Bremsspuren zu sehen. Aus dem Kühler dampfte es, schwarzes Öl rann über die Straße wie Blut. Das zertrümmerte, auf dem Kopf gedrehte Fenster auf der Fahrerseite stand halb offen und der Arm eines Mannes hing schlaff heraus. Die Hand umklammerte eine zerdrückte Cola-Dose und schlenkerte leicht hin und her, als ob sie dem Vater meines Freundes zuwinkte. Hans hatte ähnliche Geschichten gelesen. Geisterfamilien, die an den Highways entlang spazierten. Doch was er sah, war etwas anderes. Alles an dem Pontiac deutete darauf hin, dass einen Moment zuvor Leute darin gesessen hatten. Irgendwie waren sie bloß nicht mehr zu sehen, als hätte die Wüste sie verschluckt. Das Ganze erinnerte ihnen an ein Geisterschiff. Dort das weite Meer, hier die nordamerikanische Wüste. Die Umgebung war anders, doch in beiden Fällen gab es ein verlassenes Gefährt, dessen Benutzer verschwunden waren, trotz der deutlich sichtbaren Spuren ihrer Existenz. Andererseits, vielleicht gab es eine viel einfachere Erklärung, überlegte Hans. Womöglich war der Wagen liegen geblieben und als die Familie am Straßenrand stand, war ein anderer Wagen vorbeigekommen und hatte sie mitgenommen. Vielleicht hatten sie sich nur rasch das Nötigste geschnappt und waren zurück in Richtung Route 58 gefahren. Wahrscheinlich war es so gewesen. Hans war schon beinahe davon überzeugt, als ihm ein intensiver, herber Zitrusduft in die Nase stieg. Vielleicht irgendeine Wüstenpflanze. Doch der Geruch war frisch und saftig. Er atmete tief durch, sodass seine Nasenflügel bebten und seine Augen sich weiteten. Vielleicht bildete er es sich nur ein, doch er glaubte zu spüren, dass die Erde ganz leicht vibrierte. Es war nicht wie bei einem Erdbeben, eher so, als würde unter ihm etwas brodeln. Wie wenn man über einem U-Bahn-Schacht stand und unten ein Zug durchfuhr, der warme, feuchte Luftstöße nach oben wehte. Hans war leger gekleidet in T-Shirt und Shorts, sodass ein Großteil seiner Haut unbedeckt war. Der Luftzug blies die Haare an seinen Beinen nach oben und pustete den Saum seines T-Shirts bis hinauf in seinen Nacken. Er trat einen Schritt zurück, dann noch einen. Er brauchte nicht den Blick zu heben, um zu wissen, dass der Himmel wolkenlos war. Dies war kein gewöhnlicher Wind. Er war auf einen Punkt beschränkt, wehte plötzlich senkrecht aus dem Boden empor. Hans wich zurück und rannte zu seinem Wagen. Weniger als eine Minute war vergangen, seit er ausgestiegen war, um nachzusehen, was es mit dem Pontiac auf sich hatte. Doch es kam ihm viel länger vor. Er öffnete die Tür, glitt auf seinen Sitz und löste die Handbremse. Okay, fahren wir, sagte er zu seiner Frau. Keine Antwort. Es war nicht nötig, den Kopf zu drehen. Obwohl Hans gerade ausschaute, wusste er, was los war. Seine Frau war nicht da. Claudia! Rief, ja, schrie er beinahe, starr vor Schreck. Wo war sie? Selbst wenn sie ausgestiegen und davon gerannt wäre, hätte sie nicht weit sein können. Hans schaute nach links und rechts, doch Claudia war nirgends zu sehen. Etwas anderes lehmte ihn noch mehr als das Entsetzen darüber, dass sie verschwunden war. Er spürte etwas hinter sich, irgendetwas Undefinierbares, das immer näher zu kommen schien. So etwas hatte er noch nie erlebt. Seine Nackenhaare sträubten sich. Er war sicher, dass Claudia sich nicht auf dem Rücksitz versteckt hatte, um ihm einen Schrecken einzujagen. Das hier war weit weniger harmlos. In der dunklen Stille spürte er einen leisen Lufthauch, wie die feuchte Wärme des Atems von jemandem auf dem Rücksitz. Der Lufthauch strich über die Mittelkonsole. Nicht aus den Lüftungsschlitzen, sondern von hinten. Langsame, rhythmische Atemzüge. Klau! Das Wort blieb ihm im Hals stecken. Ihm war klar, dass er im Rückspiegel einen Blick in den Fond werfen konnte, doch dazu fehlte ihm der Mut. Natürlich wusste er, dass dort nichts war, aber was um alles in der Welt ging hier vor? Er hatte keine Ahnung, was er tun sollte. Die Tür öffnen und aus dem Wagen springen? Oder aufs Gaspedal treten und davonrasen? Wie in einem Albtraum konnte er sich nicht vom Fleck bewegen. Das Atmen fiel ihm immer schwerer. Beim Versuch einzuatmen schnürte sich ihm die Kehle zu und er musste so würgen und prusten, dass ihm die Tränen in die Augen stiegen. Binnen weniger Augenblicke war die Welt verrückt geworden. Dabei wusste er nicht einmal, was eigentlich so seltsam war. Draußen glühte der Soda Lake immer röter in dem Einschnitt zwischen den Bergen. Wie eine Reaktion auf die schimmernde Wasseroberfläche spürte Hans, wie sich von hinten eine Hand näherte, ihn am Ohrläppchen kitzelte, leise etwas raunte. Unbeschreiblich, verführerisch. Hans wusste, was das Ding wollte. Es wollte, dass er sich umdrehte, dass er sah, was sich auf dem Rücksitz befand. Komm schon, schau nach hinten. Schnell! Hans sträubte sich verzweifelt dagegen, doch er wusste, dass es keinen Kommen gab. Binnen zehn Sekunden, nein, vermutlich weniger, würde er sich umdrehen und hinschauen müssen. So, meine Lieben, das war der Anfang der Leseprobe von Der Graben von Koji Suzuki, der Autor unter anderem von The Ring. Dieses Werk wird im Januar 2014, genauer am 13. Januar 2014, bei Heine erscheinen. Unten findet ihr in der Beschreibung alle wichtigen Links, damit ihr euch weiter informieren könnt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir eine kleine Rückmeldung hinterlasst, ob euch solche kurzen Einblicke in verschiedene Werke interessieren würden. Ja, dann bleibt mir nichts anderes, als zu sagen, danke, dass ihr bis hierher mitgehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns und hören uns vor allem bald wieder. Also bis dann. Ciao, ciao!